Die Weltreise von Goofy Förster Part Ägypten geht zu Ende und ich muss sagen, ich bin relativ traurig, dass ich morgen schon wieder nach Hause muss. Teste übrigens gerade die ägyptische Variante von Wasserbetten und das muss ich sagen, kommt eigentlich recht gut. Vor allem bei solchen Temperaturen, wie wir sie gerade haben. Also es ist eine unglaublich schöne Woche gewesen. Ich habe super nette Menschen kennengelernt. Das Land ist großartig und natürlich das Wetter mal sowieso und die Hotels. Also Freunde, da kann ich nur sagen, zu den Preisen, die Sonnenklar TV abruft, dann ist es eigentlich ein Must-Have, dass man hier in Ägypten mal eine Woche oder vielleicht sogar zwei Wochen erlebt. Letzter Tag Ägypten. Ich sage Chokran an Ägypten. Großartig und freue mich auf die nächste Reise. Nächsten Monat geht es dann in die Türkei. We see us.